Hallo ihr Samplinge, Zeit für eine neue Runde Overwatch. So, wir starten direkt mal ein Spiel. Ich bin mal gespannt, ob wir jetzt gleich in Angriff kommen unter Verteidigung. Und dementsprechend werde ich meinen Charakter gleich wählen nächste Woche. Wenn ich es richtig mitbekommen habe, kommen drei neue Champions ins Spiel. Es handelt sich dabei um einen Narktkämpfer, Genji. Heißt ja, der hat so zwei Schwerter. Dann haben wir, Gott, Mea. Ich weiß nicht, ob sie Mea ausgesprochen wird. Die frostig unterwegs ist. Und die V... Ey, ich weiß es nicht. Wie da der Name ausgesprochen wird. Absolut nicht. Es ist wohl eine koreanische StarCraft-Spielerin, dem das Ganze nachempfunden wurde. Was sind wir denn? Was sind wir denn? Defend. Da kann ich ja nochmal Widowmaker nehmen. Zack. Habe jetzt schon ein paar Folgen nicht mehr gespielt. Jetzt können wir es nochmal machen. Jetzt bin ich bestimmt mittlerweile schwer komplett aus der Übung. Probieren wir es einfach mal. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und wir sehen es. Wir haben eigentlich ein gutes Team. Wir haben alles drin. Hoppala. One kill. Die Map, die mag ich nicht. Die mag ich nicht so gerne, muss ich sagen. Die ist nicht so mein Favorite. Ich hüpfe dann mal so da drauf. Meiner Meinung nach ein sehr guter Punkt. Ich muss halt nur aufpassen. Oh. Ich hätte höher vorziehen müssen. Egal. Ich kann jetzt eigentlich schon wieder den nächsten werfen. Fünf. Ja. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Ja, schon eher. Ich will das da ein bisschen vermieden. Kann ich mal nur einen stellen? Uhuhuhu. Ich versuche mich immer so ein bisschen bedeckt zu halten. Ach, komm an. Da kommen die ersten Schüsse. So. Schon mal aufladen. Da kommen sie. Der wieder mit seinem Schild da. Der macht immer alles kaputt. War doch eben noch einer. Ach komm, jetzt ernsthaft. Tja, die hat mich gesehen. Das gibt's doch nicht. Ob ich denn hingeschossen habe? Habe ich zu hoch gezielt? Wo kam denn mein Schuss? Oh, ich habe getroffen, aber ich habe zu tief geschossen. Hm. Okay. Nächstes Mal höher vorzielen. Ist hier mit? Was war's denn? Ach ja, da. Wasser, das. Was? Leute. Von allen Seiten. Von wo kommen die ja noch überall. Wo ist denn mein Team? Die Z. Oh Gott. Das war ein bisschen zu schwungvoll. Oh Gott. Wow. Bam. Irgendwo dahinten müsste der Tod sein. Oh. Da bin ich mal schneller als ich. Schade. Ich sehe nichts durch den Drachen. Von hinten? Nee, na. Nice. Okay, zwei Kills hat er jetzt gemacht. Ach. Das war richtig mies. So, mein Freund. So nicht... Nicht mit mir. Ich bin gerade so angestrengt. Das glaubt ihr gar nicht. Das ist gerade richtig übel. Nicht angestrengt, konzentriert. So. Nochmal rein. Heilen. Ist ja zum Glück direkt hier hinter. Da kann man das ja machen. Da oben snipe wieder einer. Weg. Widowmaker war hier auch irgendwo unterwegs. Den habe ich auch. Oh, es leckt gerade ein bisschen. Oh, nee. Nee. Und ich schieße noch daneben. Ohne Witz. Habe ich sie wenigstens noch erwischt? Das habe ich jetzt gerade gar nicht mitbekommen. Okay, ich... Hoppala. Das wollte ich nicht. Ist die da noch irgendwo? Jetzt habe ich aber auch wieder diesen... diesen Effekt, wo ich es schon gesagt habe. Man hat es immer, wenn man es nicht gebrauchen kann. Es kitzelt mir die ganze Zeit die Nase hier. Widowmaker war da hinten. Die war da hinten eben irgendwo. Die hat sich da hochgezogen. Von da unten nach oben. Aus der Luft geholt. Oh, ich höre Schritte. Diese... Hm. Meine Liebe, glaubt nur nicht, dass du hier unbemerkt vorbeikommst. Das kann doch nicht wahr sein. Echt, hier. Wie schieße ich denn? Ich verliere immer gegen die. Ich habe sie schon wieder getroffen. Ich treffe sie die ganze Zeit, aber nie so, dass ich was damit hätte anfangen können. Wie hat sie mich jetzt erwischt? Was gibt es doch nicht hier? Wer war das? War das Mercy? Wo haben die denn? Ja, das kann eigentlich nur... Boah, Alter. Will ich mich rollen? Ich will bitte Marken können. Marken wäre echt cool, wenn man das könnte. Der Soldier war das. Der stand da oben in seinem Raketenwerfer... äh, Granatwerfer. Warum sag ich ja hier immer... Raketenwerfer? Immer der gegnerische Widowmaker. Alter. Der ist echt gut. Ich bin echt scheiße. Ach, egal. Es macht Spaß. Ich meine, nur nicht so konzentriert wäre heute. Ist ja schlimm. Das gibt es nicht. Das gibt es... Vor allen Dingen... Ich kann ja überhaupt nicht ausweichen so schnell. Die muss doch da hinten mal jemand wegkriegen. Die müssen wir da irgendwie wegkriegen. Die sammelt das ganze... Das ganze Feld von da hinten weg. Boah, Alter, ist die nervig. Sehr gut. Er hat es auch gemerkt. Sehr gut. Erst mal weggeräumt. Keinen Sinn. Das hat keinen Sinn. Gegen die muss ich mich überhaupt nicht hinstellen. Die farmt mich einfach nur ab. Das gibt es doch nicht. Das gibt es doch nicht. Wenn der mich einmal gesehen hat... Oh, ich hätte ja noch gar keinen Schaden bekommen. Wenn der mich einmal gesehen hat, dann ist es zu spät. Dann macht das keinen Sinn mehr. 10 Sekunden. 10 Sekunden. 10 Sekunden. Almost got this. Puh. Eine krasse Runde. Ich bin relativ häufig gestorben. Aber macht nichts. Ja, dahinter hat er mich die ganze Zeit gestanden... ...und schöner aus dem Hinterhalt gesnipet. Hm. Killstreak. 23. Das ist krass. Okay, Damage Block ist natürlich auch krass. Jetzt startet er auch die ganze Zeit nur mit unserem Schild da. Hm. Diesmal kriegt keiner doppelte Erfahrungspunkte. Okay. Ja. Ich habe mich nicht wirklich mit Ruhm bekleckert. Aber macht nichts. Es lief trotzdem nicht schlecht. Ich hatte sogar teilweise... ...hatte ich sogar taktische Spielzüge und haben drin. Äh, ja. Ich verabschiede mich jetzt für heute. Erstmal wieder mal schauen, wann ich die nächste Folge rausbringen kann. Ich werde mich bemühen, das schnell machen zu können. Und dann... ...bis zum nächsten Mal. Tschüss. Die Zeit und streben sind meine pancakes achos... Whatever ist... ...l아아at her? ать... ... Dez. Geist. Und.